hallo frauen der käuflichen liebe hier ist wieder euer schule mit einer neuen folge minecraft hallöchen und schönen dank erstmal fürs anschalten in der letzten folge hatte ich ja schon gesagt ich will mal gucken dass ich hier entweder irgendwie unfallfrei runterkomme oder zumindest darüber und da wird es jetzt interessant ne so weil da muss ich mir irgendwie irgendwie muss ich mir ja basteln wenn ich vorunter falle wo tut es am wenigsten weh eventuell hier weil hier wasser ist aber das ist ja immer so ein balanceakt hier oder ich könnte im moment da oben rüber ja das könnte auch klappen moment da muss ich nur da hoch irgendwie das sollte hier wohl kein problem sein ok machen wir hier mal eine kurze tratte so dann setzen wir hier noch was hin und buddeln mal da guck wie das geht moment so und da sind wir drüben sehr schön keine fackeln mehr ist eher schlecht 20 stück sollte erst mal reichen hoffe ich so reisen nehmen wir mit kohle lassen wir erst mal an ort und stelle das glaube ich erst mal drauf drauf hier pfiffe so viel kohle wie viel kohle habe ich dann mittlerweile hier dabei ey alter 1110 174 sollte erst mal reichen ne gucken wir noch mal was hier noch tolles ist ja gut das ist jetzt unbefriedigend ok und hier einmal kurz platz machen wieder hier rüber moment hier war quasi meine mein aufgang so dann ging es hier irgendwo noch ach ja ok oh da ist noch so viel eisen aber wie kommt man da hin ne das ist halt ist doch auch irgendwo wasser oder nicht war es unter mir verdammt ok da geht es ronne kurz gekickt ja da da ist wasser ok wie komme ich da nochmal hin da war ich doch schon oder nicht über mir jetzt quasi oh wieso ist hier noch reisen nehm immer mit ok so moment über mir ist wasser das heißt hier muss ich hoch da steht das noch mal egal oh ok aber ich will jetzt gleich im fahrstuhl aber was soll der ja jetzt so ok ok ähm na zu dem eisen würde ich ja schon ganz gerne aber ich glaube das wird gar nicht mal so einfach so hier geht es ronne ich sehe nichts und wie ist es denn wenn ich hier jetzt ok dann geht es ein weiter sehr schön jetzt auch nope hm das ist jetzt doof so komm komm dann falle ich wenigstens nicht direkt runter hier so aber jetzt ist halt Ende ich da jetzt hinkommen würde das wäre schon geil geht das bis ganz unten eigentlich müsste es ja nicht dass ich hier runter falle das ist ja richtig kacke alles kacke komm einmal wieder runter oh ja da fällt es blub 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 oh Alter Alter oh Kuiper Kuiper und Zombie und Skelette und Alter Bomben hier auf den Typ da ihr Nutten so Kuiper wer hängt da fest das ist sehr sehr schön haben Junge so dann schlängeln wir uns da mal wieder die Leiter hoch würde ich sagen wird mal wieder Zeit aus der Höhle raus ich weiß gar nicht ist unten eigentlich Lava ah nee so hallöche meine Farm ok ok echt jetzt was muss denn das jetzt regnen dann verstauen wir erst mal das ganze Zeug was wir gefunden haben für euch falls ihr bis hierher überhaupt geschaut habt würde mich natürlich erstens freuen und zweitens ähm ja ihr könnt ja mal in die Videobeschreibung gucken da ist der Link zu meinem Discord ne den hab ich mir mal gemacht mal gucken vielleicht verirrt sich ja einer von euch mal da drauf zum chatten zum sprechen oder auch zum gemeinsam zocken würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen weil gut zusammen zocken macht halt deutlich mehr Spaß ja wie ich finde deswegen habe ich auch jetzt zum Teil endlich mal ein paar Mario Kart Folgen mit ein paar anderen Uno-Vollen etc da habe ich erst mal als Single-Projekt gestartet weil ja halt ich habe es für den Xbox Game Pass die mit denen ich zusammenzocken wollte haben es aber über Steam und die beiden Versionen sind nicht kompatibel ganz großes Kino so Örfenkartoffel von daher mal gucken ich hoffe mal dass ich da noch irgendwann irgendwas tut aber ne man weh ist es halt nicht hier ist noch das Taco jetzt muss ich erst mal Steine Kies Andesit Granit Diorit Erde so meine ich natürlich ok der schmilzt hier Kohle da ist Holzkohle drin ja gut ja dann zack die ganzen die ganzen Pfeile das habe ich alles drüben wenn ich mich nicht irre von daher Knochen habe ich hier Feuersteine ne wie es aussieht nicht gut Werkzeug da kommt der rein und ach hier habe ich auch noch oh Gott oh Gott Wildsam Suppe müsste ich vielleicht auch mal essen äh Schwarzpulver Federn habe ich hier auch nicht ok dann gehen wir noch mal rüber ja und genauso findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Mixer Account da streame ich nämlich wenn ich dir mal Zeit und Lust oder was heißt Lust Lust habe ich eigentlich immer aber ne Zeit ist halt das Problem mit Anführungszeichen na weil wenn dann bin ich meistens am aufnehmen oder privaten müssen so am zocken und streamen ist dann halt hm bleibt dann ab und zu mal auf der Strecke leider Gottes boah hier ist auch so viel Eisen ey alter Vater apropos Eisen äh was habe ich denn hier Stahl äh Spitzhacken so kann man schon mal zwei wieder herstellen Schaufeln Schaufeln ne wenn ich schon so viel Eisen habe dann kann ich das auch mal ausgeben finde ich so das packen wir dann drüben in der Werkzeugkiste hm 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 wie gesagt äh Minecraft ich weiß nicht wie lange ich das noch auf dem Kanal bringe weil ja so langsam vergeht mir hier ehrlich gesagt auch die Lust dran also jetzt nicht an Minecraft an sich sondern hier an dem hier ne hier was zu bauen ne schau mal Minecraft Dungeons soll ja auch irgendwann zumindest in äh in einer offenen Alpha oder Closed Alpha weiß ich jetzt gar nicht dieses Frühjahr oder sollte schon nur released werden ich weiß es gar nicht naja aber da soll ja auch was kommen naja alter wie viele Bögen habe ich denn warum kann man die nicht verwerten also quasi umwandeln das wäre doch mal geil hm alter hier guck dir das an obwohl warte die Bögen die müsste zwar noch theoretisch mit dem Amboss irgendwie was machen können ne oder na mal gucken so also wir haben hier einmal Moment Eisenhacken äh Eisenexte so Eisenspitzhackel Eisenschaufel hallo hier äh das machen wir jetzt hier auch mal ein bisschen ah ja doch das müsste doch theoretisch ne halt du bist noch ganz in Ordnung du bleibst hier du bist auch noch fast ganz in Ordnung du bleibst hier ihr kommt weg so dann schau dann schau ich nämlich drüben mal ich habe doch drüben einen Amboss wenn ich mich nicht erinnere oder ist das jetzt ihr Glaube hatte ich hier nicht einen Amboss gemacht ja den haben ich glaube ich auch noch nie benutzt außer um äh Truhen umzubinden so was haben wir denn hier aha ah ja okay damit kann man also wirklich reparieren geil das heißt oben okay schon mal gut dann packen wir das Gelumpe hier mit rein so äh ach hier ist ja auch noch Bögen ey alter so also ich werde auf jeden Fall noch hier mein Haus zu Ende bauen sprich da kommt ein Dach drüber ja gut den Fußboden den muss ich wahrscheinlich einmal neu machen leider Gottes entweder den Fußboden oder den Fußboden warte wie war das mhm genau ne dass ich den quasi hier einmal äh warte einmal anhebe den kompletten Fußboden chapeau da freue ich mich jetzt schon tierisch drauf mal wenn ich den anhebe dann habe ich hier äh ja ja obwohl doch dann kann ich hier aber Stufen machen na doch 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 das geht das geht so Stein hepp Stein Ziegel äh ne ein Dach muss noch drauf und ja ist ja noch ein bisschen mehr zu bauen hier sind hier aha da ist ein Skelett ich werde gerade fragen warum sind hier denn keine Viecher so brech mit dir noch irgendwas ne war der Irrglaube ok mhm 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 ok dann pflanzen wir noch mal ein paar Bäume schon 24 reicht das oder warte ne Birke ne mal Birke einmal Birke bitte hä wieso sind hier oh nein sag mir nicht ich habe das Tor offen gelassen nein nein wieso ist hier kein Tor mehr wieso wieso nicht was wieso ist wieso ist der Zaun weg gut ok tolles Kino so ein Mist naja muss ich mal gucken dass ich die auch wieder getrennt kriege naja ich meine im Endeffekt ist es rumpelt aber oh man wie hast du dich denn angeschlichen alter du kleines Schweinchen habe ich nicht gesehen äh äh wie viele Birken hat ich denn gerade dabei alter was ist denn los so ein Mist so reiche Birke gut ach ja dann pflanzen wir die restlichen Birken noch und ja würde ich sagen das war es dann auch schon mit der Folge na jetzt nicht so viel passiert gucken wir mal in der nächsten Folge wird wieder ein bisschen mehr passieren denke ich mal da werde ich mich wenn wenn mir nichts dazwischen kommt und mir nichts anderes einfällt werde ich mich um den Hausbau kümmern sprich quasi Fußboden neu verlegen ein Dach draufsetzen das wird ihr noch mal also na nächste und übernächste Folge wahrscheinlich das Lagerhaus brauchen macht die nächsten zwei Folgen draus und ob es danach weiter geht mal gucken es wird die Zeit zahlen wenn es euch gefallen hat lasst ein Abo da aktiviert die Glocke ihr kennt das Spielchen dann bekommt ihr nämlich auch im Normalfall eine Benachrichtigung auf YouTube wenn ich Videos hochlade und wie im Video erwähnt schaut mal im Livestream vorbei oder bei mir auf dem Discord die URLs findet ihr unten in der Videobeschreibung in diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal haut rein euer Schule 30 2 3 3 4 feels